Koffel Gestern war ja der Bundesvision Song Contest 2012 und 16 Mal lief da Scheiße. 16 verkackte Bundesländer haben 16 kacke Songs an den Start gebracht. Es war fürchterlich. Ein einziger Mist. Guten Morgen, Ui. Koffel Bevor ihr euch jetzt aufregt, ich hab das Ding gar nicht gesehen. Nicht immer alles glauben, was im Internet steht. Ich hab nur den Schnelldurchlauf gesehen. Naja, und trotzdem hat's mir nicht gefallen. Ist ja wurscht. Ein, zwei Dinger waren vielleicht dabei, die okay waren. Aber ich bilde mir einfach ein, ein Urteil mir erlauben zu können, aufgrund von kurzen Ausschnitten. Vielleicht stimmt es nicht, aber ist ja egal. Ich hab doch freitags was Besseres vor, als den Bundesvision Song Contest zu schauen. Deswegen gehen wir die Lieder alle mal durch. Ähm, und zwar darf man natürlich nicht rechtlich gesehen jetzt die Lieder hier zeigen. Es fehlt, äh, in Deutschland sowas wie, äh, die Regel des Fair Use. Ähm, entweder könnt ihr euch jetzt dran erinnern, wenn ich die 16 Lieder durchgehe, oder ihr schaltet euch den Schnelldurchlauf an, den es auf tvtotal.pro7.de slash tvtotal slash Videos gibt. Holt euch da den, äh, Schnelldurchlauf. Und ab dem Moment, wo Stefan Raab bitteschön sagt, stellt ihn da auf Pause, stellt mich kurz auf Pause. Und schaut's euch dann gleichzeitig an, in zwei unterschiedlichen Browserfenstern oder so. Ich mach den jetzt einfach an und geb meinen Senf dazu, äh, um mich dran zu erinnern, wie es gestern war. Also ich weiß, das ist Blödsinn, aber der Bundesvision Song Contest ist auch Blödsinn. Drei, zwei, eins, los. So, Nummer eins war Melissa Etheridge mit, ähm, Like the way I do. Sie hat sich nur umgenannt in Luxuslärm und den Titel umgenannt in Liebt sie dich wie ich. Und hat gesungen, bringt er dich zum Lachen. Ja, ansonsten, aber es war genauso wie Melissa Etheridge. Also es ist eigentlich ein Coversong. Melodie und Text ist im Endeffekt sehr ähnlich und, ähm, sie hat eine gute Stimme, aber was ist das denn für eine bescheuerte Idee? Dann kommt irgend so ein Clown, Chris Cosmo, der da irgendwie grinst und mein Player hängt. Und spielt für Hessen Herzschlag. Dein Herz was? Dein Herz, das schlägt? Ja, was sollst du denn sonst machen? Natürlich schlägt das Herz. So. Wo-oh kommt natürlich auch drin vor. Wo-oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh. Das ist der Refrain. Wo-oh-oh, oh-oh, oh-oh ist der Refrain. Ist natürlich super, ist natürlich super. Und dabei die Arme in die Luft werfen. Dann kommt Maras April und singt von einem Himmel aus Eis. Naja, immerhin. Ganz anständig. So ein paar Blondinen mit so ein paar Gesten. Aber bleibt auch nicht im Ohr hängen, ne? Ge-je-je-je-je-je-je-je. Kannst du jedenfalls singen. Also sie kann was mit ihrer Stimme anfangen. Das war für Thüringen. So, dann kam, ähm, Pickers mit 1000 Meilen. Oasis. Oder so. Es hat jedenfalls nichts Gescheites an sich. Bis auf, dass er halt sehr langsam singt und die Musik schnell ist. Das ist aber eine Idee, die gab es im Jungle auch schon. Und das ist alles andere als, äh, Jungle. Ah ja, da ist, äh, ja, wer ist das denn? FIFA und das Phantomorchester mit Die Stadt gehört mir. Ähm, die sieht aus wie diese Frau da, die dieses Buch geschrieben hat. Äh, wie heißt die denn nochmal? Aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil die haben nämlich einen echten Kontrabass auf der Bühne gehabt. So, dann kam, äh, Mellow Mark featuring Nina Malaika mit Bleib bei mir für Brandenburg. Und das ist so sanfte Scheiße. Also so Durchfall quasi. So, so Liebes, äh, Liebesbröckel. Ja, so halt, weißt du, so ein Gitarrist, der so einen Hut auf hat, wie es halt sein muss. Und eine Frau, die ihn ansingt. So, The Love Below mit B-U-L-O-W. Tolles Wortspiel mit Nie mehr für Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist erst der siebte Starttitel. Und man ärgert sich schon, dass es so viele Bundesländer gibt. Auch, obwohl das Lied ist halt eingängig normaler, sanft, normal, äh, bläh, 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 eingängig normaler Pop. Aber, pff. So, die haben jetzt jedenfalls eine Tuba und einen Fischermann-Score. Vierkant dreht Lager. Und das Lied heißt Fotoalbum. Und ist so ein bisschen Schunkelscheiße. Und ein bärtiger, langhäriger Seemann schaut in die Kamera und schunkelt. Hinter einem Schiff. Das hat schon jeder beim Eurovision Song Contest an der Türkei kritisiert. Aber, naja, was soll's. So, die Ursons featuring Crow erzählen uns, dass der Himmel blau ist bei Horst und Monika. Das ist, äh, toll. Und das Lied ist eine große Scheiße. Das hat nämlich gar nichts. Das hat nur Effekte. Und Crow. Crow kommt da rein als Effekt, um mal kurz so vier Zeilen zu sagen. Dieses Pandamasken-tragende Stolperhemd läuft über die Bühne und sagt, vier Zeilen hat dafür wahrscheinlich, was weiß ich, wie viel hunderttausend Euro gekriegt. Und auf die Bühne ist überladen mit allen möglichen Effekten. Kinderchor, irgendwelche Frauen, die Sänften tragen und so irgendwas. Nur für den Effekt. Dann kommt Johanna Zeul, Sandmann, Sachsen-Anhalt. Das ist eigentlich Lena Meyer-Landrut. Die hat sich nur ein kleines bisschen, äh, verändert. Die Stimme ist aber die gleiche. Der Inhalt ist die gleiche. Die Dummheit ist die gleiche. Und vor allen Dingen hat sie eine, äh, Moskauer Bärenfellmaske auf dieser heißen Bühne. Was soll das? Ich kann fliegen, singt mich, kann nur Liebe retten und versucht damit zu punkten, indem sie möglichst viele Leute auf die Bühne stellen für Niedersachsen. Mhm. Trotzdem langweiliger Mist. Aber sie schwenken sogar eine Fahne auf der Bühne. Das ist schon mal ganz toll. So. Dann kam... Stefan Raps sagt auch immer so. So. Dann kommt B-Tide mit drinne und schreit da irgendwas auf der Bühne rum und vollkommen unpassend stehen da die eigentlich guten Blue-Man-Group-Leute da, etwas ratlos und machen irgendwas dazu auf der Bühne. Man sieht es aber nicht so richtig, weil, äh, das, äh, Scheinwerferlicht, äh, möglichst effektmäßig, äh, uns blenden soll. Naja, dann kommt so ein Schlager, Schnee, alles aus Liebe für Bremen. Die hüpft da so ein bisschen auf der Bühne rum mit so wirklich, äh, einem Lied, das gerade eben schon dreimal lief, ähm, man, also man weiß es nicht. Ich muss mal einen Schluck Koffee trinken. Wenn ihr jetzt den Player gar nicht anhabt, dann sieht das natürlich ein bisschen, äh, sehr, sehr komisch aus. Wenn ihr denkt, was ist denn das für ein Kack-Video, aber ist ja egal. Jedenfalls, äh, kommt dann Der König tanzt mit Häuserwand, Hamburg, das ist, äh, die Band von König Boris von Fettes Brot und die hab ich ja mal live gesehen und die haben mich sehr, sehr enttäuscht, weil ich Fettes Brot so geil fand und die eine Single-Auskopplung von dem auch so geil fand und dachte, boah, das geht ab, das wird super, das ist ganz toll, aber das ist einfach nur belanglos, was da läuft. Das macht überhaupt nichts, der steht da rum und ist, so. So, Lying, Morgens immer müde, das war das einzige Lied, das mir eigentlich irgendwie gefallen hat. Jetzt nicht unbedingt von, von der Show, wo auch wieder typisch, äh, Musical-Hupf-Dolen-mäßig alle gemeinsam Gesten machen und versuchen, hübsch auszusehen, aber die Musik, ähm, war ja ganz nett, aber war ja eigentlich auch nicht viel mehr als Schlagzeug und Musik vom Band, aber die Musik war ganz nett. So, und als letztes kamen die Gewinner, äh, irgendwelche Gangster-Rapper, nein, das war Xavis, also Xavier Naidoo und, und cool Xavis und dann noch irgendwie ein Gospel-Chor und es ist ein Mist und er steht da in Jacke, so als ob er halt gerade von draußen aus der Kälte reinkommt und es kommen dann noch Feuereffekte, also, äh, am besten machen sie das nächste Mal, ähm, hier, äh, Öltonnen, brennende Öltonnen hin und das ist auch ein belangloser Scheiße, der hat halt nur gewonnen, weil er, äh, bekannt war und dann haben die Leute geboot und das war's und es ist fürchterlich und, äh, vielleicht, äh, gibt es irgendwann mal bessere Musik, Musik muss auch kein Wettbewerb sein, Musik kann einfach Musik sein, hört mal auf mit dieser Wettbewerbsscheiße, hört mal auf mit der, macht am Freitag mal was anderes als, äh, in, an, vor den Fernseher euch zu setzen, es gibt so viele tolle Sachen draußen, geht ins Theater oder geht zu einem Konzert oder geht einfach nur mit ein paar Freunden was trinken, zu Hause rumhängen, vor dem Fernseher ist doof, vor allen Dingen am Freitag und das geht ja heute weiter mit der Scheiße, mit der Premiere von Wetten das mit Markus Lanz, au weia, tschüss. Koffe, Koffe.